Das Xiaomi Mi Band 5 ist da. Die globale Version dauert zum heutigen Zeitpunkt noch etwas, weswegen ich mir das neue Mi Band importiert habe. Die globale Version wird kein NFC haben, aber Alipay ist in Deutschland auch nicht zu benutzen. Mit dabei ist das neue, verbesserte Ladegerät, auf das sich insbesondere meine Freundin freut, da man das Mi Band nicht mehr aus dem Band nehmen muss, um es aufzuladen. Das Hauptaugenmerk dieses Videos ist natürlich das Mi Band 5. In meinem Fall war das Mi Band bereits eingeschaltet. Im Lieferumfang gibt es noch ein paar kleine Info-Häftchen. Das Mi Band 5 hat ein 1,1 Zoll Ammonet Display, welches mit 126 x 294 Pixeln auflöst. Die Farbtiefe beträgt 16 Bit. Damit man das Display auch im Sommer gut ablesen kann, verfügt es über eine maximale Helligkeit von 450 Nit. Im Alltag hatte ich kein Problem, das Display abzulesen. Wie man es von den alten Mi Bandern kennt, gibt es einen Sensorbutton unter dem Display. Hiermit kann jenes auf Wunsch aktiviert werden. Das Mi Band 5 verbindet sich via Bluetooth 5 Low Energy mit eurem Smartphone. Die passende App ist kostenlos im App oder Play Store verfügbar. Da es hier um das Mi Band 5 geht, werde ich allgemein nicht ausführlich auf die Mi Fit App eingehen. Die fünfte Auflage des Fitness-Trackers wiegt 24 Gramm. Das Band kann auf eine Länge von 155 bis 219 Millimeter eingestellt werden. Wie immer kann das Mi Band mit einer sehr guten Verarbeitungsqualität punkten. Nachdem das Mi Band 5 ausgepackt ist, geht es an die Einrichtung bzw. Kopplung. Wer noch keinen Mi Fit Account hat, kann sich diesen in der App anlegen. Das Mi Band könnt ihr mit iOS oder Android verwenden. Die Anwendung führt euch bequem durch den Prozess der Verbindung. Wenn ihr wie ich bereits ein Gerät in Mi Fit angemeldet habt, müssen die erst deaktiviert werden, bevor es mit dem Mi Band losgehen kann. Wenige Momente und eine erfolgreiche Kopplung später wird das Mi Band erstmal auf den neuesten Stand gebracht. Auch wenn das Gerät noch gar nicht so alt ist, hat Xiaomi bereits ein paar Updates bereitgestellt und spielt diese ein. Erfahrungsgemäß verteilt Xiaomi regelmäßig Updates. Am Anfang spricht das Gerät chinesisch, weil es eben die chinesische Variante ist, aber wenn die Updates durch sind, kann die Sprache ganz einfach in den Settings auf Englisch umgestellt werden. Soviel Text, dass man vor Problemstände etwas zu verstehen, gibt es bei Mi Band 5 aber auch nicht. Eure App bleibt natürlich trotzdem Deutsch und somit habt ihr all eure Fitnessdaten in Deutsch. Ist alles eingerichtet, kann es losgehen. Über die App lässt sich allerlei einstellen, um sich das Mi Band möglichst auf sich selbst zuzuschneiden. Zu diesen Einstellungen gehört beispielsweise die Anordnung der Symbole. Die erste Box soll der Status sein? Kein Problem. Workout? Ebenso wenig. Das neue Farbdisplay kann mit verschiedenen Designs gestaltet werden, bis hin zu Fotos als Hintergrundbild. Zu der Individualisierung kann gehören, dass beispielsweise mich gestört hat, dass das Mi Band nicht automatisch das Display eingeschaltet hat, wenn ich meinen Arm angehoben habe, schnell in die Einstellungen gehüpft, die entsprechende Einstellung gesucht und direkt noch die Empfindlichkeit höher gestellt. So ein Mi Band an sich macht aus euch aber noch keinen sportlichen Menschen. Bewegen müsst ihr euch selbst. Dafür hat das Mi Band verschiedene Sportmodi. Meine BIP nutze ich vornehmlich fürs Laufen und habe dank GPS kein Handy dabei. Geht man mit dem Mi Band joggen und hat das Handy nicht dabei, wird die Route, die man läuft, nicht aufgezeichnet. Die Schritte ETC werden natürlich trotzdem protokolliert. Auf dem Display sieht man während der sportlichen Aktivität alles, worüber ein Sportler informiert sein sollte. Der Lauf lässt sich pausieren, fortsetzen oder nach Abschluss speichern. Langfristig wird das Mi Band trotzdem nicht meine BIP beim Sport ablösen. Menschen, die beim Laufen auch ihr Handy dabei haben, sehen das eventuell anders. Das Gerät ist bis 5 ATM wasserdicht. Ihr könnt das Band also nicht nur zum Duschen, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten im Wasser verwenden. Xiaomi liefert das passende Aktivitätsprogramm mit. Persönlich konnte ich aus offensichtlichen Gründen das Feature für die Menstruationszyklen nicht testen. Und meine Freundin zeigt sich wenig begeistert. Es gibt viele Einträge, die sich auch nicht wirklich entfernen und oder korrigieren lassen. Hier muss Xiaomi auf jeden Fall noch mal ran. Der Akku kommt auf 125mAh. Xiaomi gibt die Laufzeit mit 14 bis 20 Tagen an. Persönlich lade ich das Mi Band immer mal nach. Nicht erst, wenn es leer ist. Meine Freundin bemerkt dabei den Unterschied zwischen Mi Band 3 und dem 5er, dass nur noch um die 16-17 Tage statt 20 Tage läuft. In der Folge muss sie öfter nachladen. Das nächste Mi Band darf gerne wieder einen größeren Akku haben. Nicht vergessen darf man aber, etliche Tracker auf dem Markt laufen deutlich kürzer. Was sich, wie schon angesprochen, auf jeden Fall verbessert hat, ist der Ladeanschluss. Der Lade-Connector kann einfach angesteckt und das Mi Band unkomplizierter geladen werden. Für meine Freundin, die regelmäßig einen Kampf mit ihrem Mi Band 3 geführt hat, ist das ein Segen. Wo wir schon beim Lade-Connector sind, während die Verbindung zum Mi Band eine deutliche Verbesserung darstellt, kommt der Netzteilanschluss immer noch nicht mit USB-C daher an euren MacBooks oder Netzteilen, kann das Mi Band 5 folglich nicht geladen werden. Ihr habt noch Fragen zum Mi Band 5? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die NerdBench. Das ist das? Ich finde, es ist das? Ich finde, es ist das? Ich finde, es ist das? Vielen Dank.